Ho chính Willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Beat Reverse Ja Ich bin wieder mit dem gleichen Typen dabei Aber einen nämlich Typen mit dem Typen und einer Typchen im dabei. Wie lässt es mal? So, das ist Michael und Skio und Batman und ich. Ja gut. So, und ja, wir spielen wieder Bad, äh, nicht Bad. Äh, äh, doch. Bad Böger aus. Ja. Und jemand trollt mit mir mit. Wirklich? Was macht der? Warte. Bei mir steht jemand einfach in der Base rum. Ja, bei mir auch. Bei mir braucht jemand in der Base rum. Ich weiß nicht, was er macht. Hm, was soll ich tun? Ich spare mir auch mal ein bisschen TNT. Leben. Das heißt, Leben. Fühlt sich an wie Jesus. Jesus Christ. De, de, de. Meine kommt zu mir, aber nicht mehr zurück. Oh, wer hat eine Bombe getündet? Ich. Natürlich was sonst. Nein, ich habe es richtig verkackt. Oh, witzig. Okay, bei mir haben sie, glaube ich, noch nicht verstanden. Sie haben mir sogar Essen gegeben. Einer hat sie verstanden. Meine beachten mich einfach überhaupt nicht. Noch nicht. Ich vergröße jetzt einfach mal den Weg. Ich baue einfach immer wieder die Bokade und das Bett rum ab. Ich baue gerade einfach immer wieder den Weg. Hier ist ein Steve, der mich richtig hasst. Mich hasst noch niemanden. Ich habe schon jemanden, der gestorben ist, schön eingebaut und die ist jetzt am struggle wieder rauszukommen. Oh, Mist. Der war dreckig. Wo ist der Spawn? Okay. Das ist der Spawn. Nee, ich kam nicht bis rüber mit der Bombe. Mist. Die checken nicht, dass ich den Spawn eingebaut habe. Niemand helft dem Typ. Oh, nein. Ah, ja. Verdammt, ich kann die Bombe nicht zünden. Nein, was? Ja, mein Team bald wurde zerstört. Verdammt, ich konnte die Bombe nicht zünden. Ich bin schlecht in dem Spiel. What? Nee, Rudi ist schon. Nein. Ja, ich bin gestorben. Es ist ja zu schnell, Leute. Ist Rudi... Ich hab gewonnen. Nein! Mann, weißt du das? Warum? Einfach so richtig schnell. Von wegen, ich werde niemals gewinnen. Ja, ja. Du hast das gesagt. Ich weiß. Kommt her, kommt her. Hier ist es. Bei mir stirbt nicht mal einfach so jemand. jetzt wissen sie nicht, ob sie rüber sollen oder nicht. Wer von euch trollt gerade am härtesten? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich troll am wenigsten. Ja, ich hab's gesehen. Dein Team hat mich übrigens, hat meins übrigens ausgelöscht. Oh, ich hasse ihn. Gerade. Der mit dem Donald-Skin. Ich versuche derzeit gerade nicht. Ich hätte nur den Morizzi, der mich hasst. Ja, ich bin euch gerade am draußen. Ich werde nur ein bisschen weiter den Spawn einbauen. Ich versuche gerade uns einen Händler einzubauen, aber wir haben wir will der andere mich nicht lassen. Hörst du das, Michelle? Hörst du das? Mist. Ich mach. Was soll ich machen? Okay, dann hörst du es nicht. Oh mein Gott. Achso, hier oben. Ja, das bin ich. Es spukt. Paranormal Activity. Warte mal. Fabio, geh mal zum Spawn. Warte. Also, ich freue mich jetzt so, zum Spawn oder zur Mitte? Zum Spawn, ähm, ja, zum Spawn, zum Spawn. Zu meinem Spawn? Ja, ich zeige dir, was ein Geist alles auf diese Welt auswirken kann. Okay. Ja, Bau ist weg. Bau ist weg. Nee, warte. Mist. Nee, nee, nein. Ich wollte doch nur einen TNT planten. was? Komm, 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 siehst du, siehst du den Beacon? Ja. Ich kann jetzt mit euch massen, weil ich kann nicht mit euch reden, wieder. Ja. Ich weiss nicht, wie wenig, wie viel Leben die Bomben abführen. Grün hat unsere Base erobert und das Team wurde es erschört. und unser Team ist richtig scheiß und hat es doch nicht mal in die Mitte geschafft. Okay. Das ist toll. Bei mir spielen sie einfach alle zu konzentriert, ich komme zu mir. Ich dir auch kein bisschen rumspuchen. Aber es lebt noch jemand von dem Blau. Das ist doch toll. Ja, du bist noch nichts weiter, Michel. Was? Nein! Wer ist das? Ja, er ist ganz oben und der andere sucht. Wer ist das? Krotsche. Nein, 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 mach das nicht. Lass mich schnell nicht gewinnen. Komm schon. Fall runter, du... Er wird eh sterben. Sterb. Er ist in der Mitte. Sterb. Er geht zu rot, aber niemand lebt mehr. Ah, das ist aber schlau. Nein, es ist nicht. Es... Ich werde ihm in Angst einflößen, indem ich die Türe auf und zu machen. Ich helfe dir. Uh! Das sieht so scheiße aus. Das sind die Geister von Rot. Ich bin aber blau. Ja, aber wir sind bei Zimruh. Ja, stimmt. Nein! Gut. Er merkt es einfach nicht. Selbst Mordskai aus ist... Das ist ein richtiger Lappen. Ach, komm schon. Sie haben die Blöcke hinter mir abgebaut. Das war richtig gemein. Ich habe dich gerade gesehen. Ah! Hier bist du. Warte mal, du... Ähm... Weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe gerade irgendein Menü geöffnet. Geöffnet? Ja, du kannst deinen Speed... Du kannst deine Fluggeschwindigkeit erhöhen. Nein! Aha, das ist vom Beacon. Oh. Ich habe noch nie einen Beacon benutzt, also... Langsam nerven mich die Kerle. Kommt her, kommt her! Wo ist dieser nicht sterben wollende Typ hin? Oh, oh. Er baut sich hoch. Natürlich. Hihi! Nein, er baut sich zu grün. Warum fällst du immer runter? Und ich gehe jetzt wieder mal spuken. Bei Gelb. Oh, stirb. Ja, komm her. Schau mal. Komm schon. Ich mache, falls sie mal hier sind, alle, mache ich sie alle kaputt. Jetzt einfach alles mal in TNT hier rein. Hm. Es ist ein schönes Gefühl, ein Gewinner zu sein. Ich tanz. Ich will auch nur, dass sie sterben. Oder dass sie möglichst wenig... Dann musst du verhindern. Radio, ich spuke ein bisschen herum, okay? Okay. Woo! Sanft. Ich spuke dir. Was? Du bist aber nicht unsichtbar. Ich weiss. Ich weiss. Warte, siehst du, was ich gerade gemacht habe? Nein. Ganz viele TNT-Blöcke hier an den Rand. Tot. Ich habe mich gerade zu dir teleportiert. Und wo bin ich? Nichts. Nichts. Papa. Tschüss. Ach, seh in dich. Ich werde dich jetzt docken. Folge dir auf jedem Schritt. Sandy. Wow, ich kann fliegen. Wow, du bist ein Ghost und kannst fliegen. Ja, nein, weil er den Weg hinter sich abbaut. Hast du das Gefühl, das wird dir was bringen? Nee. Warum tust du das? Ah, lebt der Blaue noch? Ja. Ja, ja, ja. Gut. Er baut sich zu grün gegenüber. Es baut sich gerade ein Typ zu euch. Sehr gut. Zu wem uns? Warum baut er sich zu grün und nicht zu gelb? Komm schon. Alle ignorieren uns. Spring runter. Schau mal, was hat das Thema gemacht? 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 Seine Richtung. Spring runter, bitte. Ja, ja. Ja. Oh, er hat sich teleportiert. Nein. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er ist bei Grün. Was? Er ist so tricky. Wow, da, nein, da. Ja. Ja, nein. Ja, töte uns. Nein. Du hast einen guten Mitspieler erwischt, Michelle. Nein. Wartet mal kurz. Dann gehen wir. Nein. Ich bin nicht zweiter. Ich hasse diesen Typ. Wie würde es dich jetzt sagen, eine Gewinnerin zu sein? Äh, wer hat zuletzt schon verloren? So, warte. Wo ist er überhaupt? Ich will, dass er mal kommt. Er ist. Ich glaube, er geht zur Mitte. Ich glaube, er droht auch. Nein, er ist einfach gut. Ach, der Blau. Oh, Mann. Ich will nicht verlieren. Höre Sie. Also, ich stirb. Ich will ja nichts sagen, aber... Das war letztes Mal. Nein. Bitte. Er hat es wieder geschafft. Warum? Er hat so ein Stück gelb. Er schafft es. Was? Ja, warte, warte. Er ist alleine. Dieser Typ. Was? Komm schon. Ich hasse ihn. Er hat es einfach verdient. Na und? Das ist wieder zu gut. Nein. 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 Ein Block fehlt mir. Nein. Nein, da ist das TNT. Hast du kein TNT dabei? Ich habe kein TNT dabei, nee. Er ist bei euch in der Runde. Ich könnte das TNT zünden, aber es bringt mir nichts. Warte, bis er springt. Bitte. Geh doch. Es gibt ja Knockback. Es gibt ja Knockback. Töte es. Nein. Ja. Warte, warte, warte. Fabio, du musst springen, sonst... Warte. Ich will doch nur zu meiner Base rüber. Bitte. Nein. Autsch. Töte ihn. Null. Fall runter. Töte ihn. Bye. Null. Töte ihn. Wo bist du überhaupt? Weg. Er probiert zu über... Warum? Warum tust du das? Du würdest Dritter werden. Ja? Ist mir egal. Ja gut, jetzt... Ist der ja mal. Lollollolloll. Nein, ich wollte das TNT stenden. Ich wollte selbst sterben eben. Ich wollte... Nein, eigentlich TNT sterben. Das ist das Problem. Er hat... Er hat den Seros gedroppt. Aber ich bin Dritter geworden wieder. Nein. Nein. Das war jetzt eine gute Runde für mich. Ja, ich... Für mich selbst recht. Ich hab gewonnen. Also. Du hast erst gestorben und gewonnen. Ich würde sagen... Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat diese Part wieder gefallen. Und ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo. Tschüss. Tschüss.